in diesem video möchte ich euch eine neue methode zeigen wie ihr ganz schnell eure waffen leveln könnt bzw einen trick wo viel mehr zombies spawnen da dieser exfiltrationsglitch gepatcht wurde bzw die methode und zwar gibt es dort zwei stück die erste ist diese durchhalten mission aktiviert die mission und danach geht zur angezeigten stelle ihr könnt das auch mit den affenbomben glitsch kombinieren leute und zwar legt ihr hier einfach das geschütz auf dem boden springt drauf und wirft eine affenbombe auf das geschütz drauf nun werden alle zombies die gleich spawnen werden hier zur affenbombe laufen und die bleibt halt das ganze spiel über und was ihr jetzt machen müsst ihr aktiviert das pmg und lässt die analyse so circa bis 50 prozent laufen damit die zombies auch schnell spawnen und ihr eine menge zombies da habt wie ihr seht leute gehen alle zombies dann auch zur affenbombe abgesehen davon es werden auch unendlich zombies jetzt spawnen ihr müsst halt wieder bevor die analyse unter 10 kommt am besten wieder reingehen wieder bis 50 chillen und wieder rausgehen die zombies spawnen halt durchgehend bis die mission beendet ist und so könnt ihr ganz schillig eure waffen leveln bzw auch easy tarnungen freischreiten für eure waffen und das coole hierbei ist noch spawnen eine menge höllenhunde und ihr könnt ihr ganz easy die mission abschließen indem ihr höllenhunde einfrieren müsst und nun zeige ich euch die zweite methode und zwar müsst ihr hierfür die mission sporenkontrolle aktivieren dann nimmt euch diese taktik granate die für die mission braucht und jetzt seht ihr auf der karte diese blauen kreise und das sind die einzelnen sporen die müsst ihr jetzt alle kaputt machen bis auf einen einzigen den lasst ihr über falls ihr euch fragt wie man die kaputt macht ihr wirbt diese taktik granate die auto macht dorthin und nach kurzer zeit wird die spore dann rot und ihr könnt sie kaputt schießen wenn nur noch eine spore übrig ist dann werden jetzt durchgehend hier zombies spawnen bis ihr die spore zerstört hier könnt ihr also auch ganz easy auf tarnungen gehen und natürlich könnt ihr auch den affen glitsch hier kombinieren bei mir ist diese sporen mission zufällig dort gelandet wo ich gerade den affen glitsch gemacht habe bei der ersten methode und darum gehen jetzt auch ein paar zombies hinter mir zum affen aber wie ihr sehen könnt kommt immer wieder zombies nach und ihr könnt ihr ganz viele kids machen das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja könnt ihr mir das zeigen in form eines likes einen kostenlosen abo dann bleibt ihr auch immer auf den neuesten stand danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video tschau